Willkommen zurück aus dem Urlaub. Es gibt gleich ein bisschen was zu gucken aus dem Urlaub, nur so ein paar Kleinigkeiten. Ich bin gerade auf dem Weg ins Bürgerlich und bevor es dahin geht, muss ich noch was abholen, denn ich bin dabei, was zu ändern, was in 19 Jahren Alex Pitchens immer gleich war. Und ich denke darüber nach, das zu ändern. Mal gucken, ihr kommt mit. So, wir gehen aus dunklen, und packen etwas ins Auto, was ich so noch nicht hatte. Feierabend. Ist euch aufgefallen, was anders war? Ich habe was probiert heute und zwar das. Das sind Inia Kopfhörer. Und es ist gut, glaube ich. Es ist ungewohnt. Und jetzt probieren wir das weiter. Ich denke mal, nächste Woche ist Hafenfest. Da probiere ich das auch nochmal. Und da werden wir schauen, ob das was Dauerhaftes ist oder ob das was für einen Teil der Veranstaltung ist und für den anderen Teil nicht. Denn es schottet ungemein ab von der Außenwelt. Also das Schöne ist, man hat die Musik nicht so laut auf dem Ohr wie mit den großen Kopfhörern. Ist also gut für den Gehörschutz. Aber man ist auch ziemlich abgeschottet. Ich wünsche euch eine starke Woche und nächste Woche feuerfrei ist Hafenfest. Wenn ihr das also seht, noch ein paar Tage und dann Samstag und Sonntag am Senftenberger See, kommt vorbei. Alex Pigeons Club Stage. Perfekt. Gute Nacht.